Verwandle deine Nintendo Switch Konsole in ein Spielbrett und erlebe eine riesige Sammlung von Spielen aus aller Welt. 51 Spiele in einer Box in 51 Worldwide Games. Schauen wir uns die Spiele einmal an. Brettspiele. Mancala. Man sagt, dass es dieses Spiel schon vor 6000 Jahren gab. Hasenjagd. In diesem Strategiespiel drängst du mit drei Jagdhunden einen Hasen in die Ecke. Mühle. Dieser Brettspielklassiker aus dem alten Rom ist schon seit 2000 Jahren beliebt. Sternhalmer. Das Spiel wurde in England erfunden, heißt dort jedoch Chinese Jackers. Käsekästchen. Hier verteidigt man sein Revier mit Stift und Papier. Farbcodeknacker. Hier gilt es per Logik, die Farben der versteckten Stifte zu ermitteln. Hex. Jeder Spieler legt abwechselnd Spielsteine. Wer zuerst gegenüberliegende Seiten verbindet, gewinnt. Dame. Springe mit deinen Spielsteinen diagonal über die deines Gegners, um sie zu schnappen. Viererreihe. Lass die Scheiben so fallen, dass sie eine Viererreihe derselben Farbe bilden. Backgammon. Millionen Spieler weltweit spielen diesen Spieleklassiker. Ludo. Landest du auf einem Feld, auf dem eine gegnerische Spielfigur steht. Schickst du sie zurück zum Anfang. Domino. Die ursprüngliche Art zu spielen. Nicht einfach aufstellen und umstoßen. Yachtwürfelspiel. Wie Poker, nur mit Würfeln. Abtrünniger. Japanisches Mayong. Schach. Fünf in einer Reihe. Shogi. Mini-Shogi. Kartenspiele. Hanafuda. In diesem japanischen Spiel werden Bilder einander zugeordnet. Texas Hold'em. Kombiniere deine beiden Karten mit denen auf dem Tisch zu einem Set. Blackjack. Addiere Kartenwerte und versuche 21 zu erreichen. Und nicht mehr. Alle ablegen. Lege eine Karte ab, die denselben Wert oder dieselbe Farbe wie die zuvor abgelegte hat. Präsident. Kartendomino. Takoyaki. Speed. Passendes Pendant. Schweineschwanz. Krieg und Frieden. Sportspiele. Mini-Tennis. Hier kommt es auf gute Beinarbeit an. Mini-Baseball. Hier tritt der Schlagmann gegen das gegnerische Team an. Mini-Boxen. Mini-Fußball. Mini-Curling. Bowling. Dart. Billiard. Air-Hockey. Golf. Weitere Spiele. Zielschießen. Hier brauchst du eine ruhige Hand, um alle Ziele zu erwischen. Karom. Dieses Spiel aus Indien erinnert an Murmelspiele. Sechskugelpuzzle. Panzerschlacht versus. Panzerschlacht Koop. Angeln. Autorennbahn. Spiele für einen Spieler. Schiebepuzzle. Hilft der Schildkröte, den richtigen Weg zu finden. Mayong Solitaire. Klondike Solitaire. Spiders Solitaire. Das waren alle 51 Spiele. Deine Nintendo Switch-Konsole wird im Handumdrehen zum Spielbrett für deine Spieleabende. Und das auf verschiedenste Weise. In manchen Spielen kommt die Bewegungssteuerung zum Einsatz. Und in anderen Spielen kannst du das Spielfeld mit zusätzlichen Konsolen erweitern. Spiele, bei denen du Karten oder Spielsteine ablegst, eignen sich wunderbar für den lokalen Modus. Mit nur einer Ausgabe des Spiels können bis zu vier Spieler spielen. Natürlich kann auch online gespielt werden. Spiele gegen Freunde in der Nähe oder Spieler aus aller Welt. Zu jedem Spiel gibt es ein Video, das die Grundlagen anschaulich erklärt. Manche Spiele haben sogar eigene Modi, die dir die Regeln Schritt für Schritt erklären. Du kannst die Spielregeln und Tipps auch während des Spiels nachschlagen. So kannst du direkt in Spiele einsteigen, die für dich neu sind. Wusstest du das hier schon? Bei den ersten Versuchen mit Billardkugeln aus Plastik sind diese mitunter explodiert. Jedes Spiel enthält interessante Fakten. Für alle, die andere gerne mit neuem Wissen überraschen. Wer nun mal nicht weiß, was du spielen sollst, empfehlen unsere Spiele-Experten dir etwas. 51 Spiele-Klassiker aus aller Welt in einer Box 51 Worldwide Games 50 employees 50 Klassiker ausallerprobieren отдел Кор Lim , 50 150 Red